Ladies and Gentlemen! Oh Gott, ich dachte, ich wäre runtergefallen. Aber ich bin's nicht. Ich bin mich auf einmal gesaved. Ihr wollt schon neu anfangen. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars zusammen mit Flo. Und heute haben wir eine richtig krasse Challenge am Start. Mal gucken, wie viele Runden wir brauchen, bis wir das Ganze schaffen. Und zwar spielen wir heute nur mit den Items in unserer Teamfarbe. Das bedeutet, wir können uns hier das ganze Zeug snacken. Wir gehen zum Itemshop und wir dürfen nur Items in unserer Teamfarbe kaufen, zum Beispiel rote Wolle. Oder, was man auch machen kann, hier der Clay, der ändert nämlich auch die Teamfarbe. Was wir nicht kaufen dürfen, zum Beispiel, wäre eine Spitzhacke, weil die wäre ja braun. Oder wir könnten vielleicht sogar... Aber es gibt jetzt eine rote Spitzhacke. Ey, wir sind schon fast mit den Blauen. Komm mal rüber. Ach lol, als ob. Die dürfen wir aber nicht zubauen. Ah, jetzt habe ich mal Blöcke. Warte, soll ich euch Blöcke geben? Ich baue das erstmal mit Clay hier zu. Die Gelben könnten zu uns kommen. Die bauen da so einen Weg. Ich hoffe nicht, dass sie zu uns kommen. Das wird eine schwierige Runde, glaube ich, Leute. Ihr habt nicht wirklich das Bett von Blauen. Ich bin der beste Spieler, Isif. Oh mein Gott, nice. Okay. Ich baue unser Bett ein. Wir können halt nichts Besseres als Ton und Wolle benutzen. Ach stimmt, warte mal. Jetzt darf ich die Blöcke von denen nicht benutzen, die blauen von denen. Nee, darfst du nicht. Aber ich gehe jetzt mal rüber. Du hast gesagt, ich soll die killen. Ich werde sie killen. Ja, die sind, glaube ich, nicht gut. Oh. Oh, warte. Nein, ich darf doch gar kein Schwert benutzen. Das Schwert ist doch braun. Wir dürfen keine Schwerter benutzen. Zählt das? Oh mein Gott, mit der Hand. Ja, es ist so schön. Wir müssen mit der Hand kämpfen. Es sei denn, du findest irgendwas, was... Rot ist? Wir könnten theoretisch die eigentlich nur runterschubsen, oder? Wie sollen wir die denn sonst? Warte mal. Was zählt denn exakt eigentlich als Rot? Wir sind schon wieder rot. Ein enchanteter Stab? TNT? Ein enchanteter Stab? Stimmt, TNT ist gut. Ich würde schon sagen, der sieht schon leicht rötig aus, so wie der schimmert. Ähm, dir kann man sich holen. Okay, das geht... Das ist eine dumme Challenge. Es ist eine gute Challenge. Alright, dann gehen wir jetzt mal los hier mit unseren kleinen Knockbacks. Und wir gucken mal, wen wir kriegen. Die blauen sind halt noch da. Ich würde die gerne aus dem Weg räumen, sodass wir halt keine Gefahr mehr von der Seite haben. Okay, also was darf ich jetzt benutzen? Schere ist echt rot, oder? No. Ist hinter mir? Oh no, no, no. Jetzt ist er hinter mir. Nein, die haben mich runtergeboostet. Schere ist nicht so gut. Die kommen jetzt zu uns, die kommen jetzt zu uns. Die kommen zu uns, okay, das ist nice. Dann können wir sie jetzt holen. Wenn sie auf dem Weg sind... Ja, das ist okay, das ist okay. Wir dürfen sie nur nicht reinkommen lassen, weil wir... Oh nein, Flo, wir dürfen noch keine Schwerter benutzen. Ich habe kein Schwert. Ich habe auch keine Blöcke. Ich habe nur einen Rücksturzstab. Okay, perfekt. Ich hole mir hier. Ja, das ist perfekt so. Mal schauen, ob die jetzt rüberkommen. Ey, das könnte schief gehen jetzt. Komm schon, zweimal! Yes! Und zack, den grünen dann auch noch. Ich habe hier nur unsere Base geboostet. Oh oh. Nein, nein. Er läuft hier hinterher. Luleck, geh weg! Oh no. Wir müssen ihn runterboosten. Er muss runterfallen. Yeah! Alter, wie er fliegt. Doch, die haben alle gekillt. Wie er fliegt. Hast du Dias aufgesammelt? Ja, hier. Nimm die mit. Okay, drop, drop, drop. Genau. Okay, dann gehe ich jetzt kurz nach Hause. Also wir dürfen... Okay, warte. Wir dürfen nur mit Roten. Gibt es was für Emeralds, was wir kaufen können? Ich glaube nicht, dass es noch irgendwelche anderen Roten Sachen... Die hatten aber Schwerter in ihrer Base rumliegen. Aber die darf ich nicht benutzen. Die darfst du nicht benutzen. So, Team Upgrades. Okay, wir haben... Ich habe verschärfte Schwerter gekauft. Ich bin so ein... Junge, die Leute wissen halt nicht, dass ich halt wirklich nur mit einem Knockbacksteel kämpfe und laufen weg von mir. Mein Gott, wie sollen wir denn das Bett abbauen von denen? Ah, welches Team? Team Gelb. Ja, das könnte kritisch werden. Okay, den einen habe ich. Den anderen könnte ich auch kriegen. Ja, okay. Und den dritten... Wir sind grüner. Komm schon. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Alright, zwei habe ich geholt. Der dritte hat einen Bogen. Oh, ich bin runtergelaufen. Der Typ, den du gefehlt hast. Ja, die Grünen laufen gerade zu blau. Ach, da haben die noch ein Bett, die Grünen. Oh no. Die stehen ja jetzt mit dem Bogen vor unserer Base, Leute. Oh Gott. Okay. Das ist jetzt unangenehm. Warte, ich habe gleich wieder einen Rückschlussstabisi. Warte, ich baue erst mal zu, dass er da... Ich weiß halt nicht, was er vorhat. Zu mir, komm! Warte, wo ist er? Ich muss ihn boosten. Yeah, flieg, du Bogenjunge. Warte kurz. Ja, die sind gerade... Ich renne rein und lenke ab. Du musst ins Bett holen, Flo. Ich lenke sie ab. Die sehen nur mich... Ja, ich habe... Oh mein Gott. Baue das Bett ab. Ich habe eine runtergenockt. Er kommt jetzt? Nein, wo ist denn das Bett von denen? Ich weiß es nicht. Der hat das falsch eingebaut. Nein! Wo... Wieso kommt er? Ich dachte... Oh no. Mach ihn weg, mach ihn weg. Oh no. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Oh mein Gott, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Oh nein, sie haben mich. Hast du es abgebaut? Nein! Ach komm schon. Die haben das so falsch eingebaut. Was soll das? Das ist eigentlich eine gute Taktik. Das wollte ich auch schon mal machen. Das ist eine richtig smarte Taktik. Aber wo ich das gemacht habe, haben die alle genau gewusst, wo sie ist. Oh ja. Weil es ist eigentlich wirklich im Grün los. Wir holen jetzt Gelb. Pass auf, pass auf. Grün ist auch... Grün ist glaube ich gut, aber Gelb ist richtig... Ja, ja. Gelb ist nicht los. Das Ding ist, es wäre halt relativ smart von uns, wenn wir auch auf Grün aufpassen würden. Echt? Die Gelb sind so schlecht. Ich gehe mal in Richtung Grün jetzt. Ah, ich komme mit. Ich komme mit. Wo bist du? Ich komme von der anderen Seite. Ihr könntet die von der einen Seite ablenken. Das Ding ist, wenn die Obsidian haben, haben wir verloren. Die könnten mittlerweile Obsidian haben. Die haben die Errüstung. Da muss ich halt zwei Minuten abbauen. Die haben einfach die Errüstung. Ja, das heißt, die haben ihr Geld nicht für Obsidian ausgegeben, oder? Na, hoffentlich. Die gehen die ganze Zeit in die Mitte. Oh mein Gott, Leute. Oh oh. Kann man sich anschleichen? Mit Sneaken. Mit Unsichtbarkeit. Mit Unsichtbarkeit? Aber das dürfen wir nicht kaufen, oder? Okay, ich sehe gerade, sie gucken gerade weg, die Grünen. Ja, gut. Sehr gut. Ich glaube, wir hatten es zu sehen. Alarm, nein! Nein. Bad Destroy. Dump, dump, dump. Und das Grüner. Zack, Kollege. Welche mit dir? So, jetzt. So, der hat meinen Dings zurückgeworfen. Meine Feuerkugel. Nein, die haben mit Obsidian eingebaut. Flo, okay. Das war es. Alles klar. Ja, gut, Freunde. Ich würde sagen, dass... Ja, aber ey, das wäre auch nicht möglich gewesen mit der Challenge. Das abzubauen ist unmöglich. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze einfach nochmal in Runde Nummero zwei. Vielleicht haben die es nicht überall. Die haben doppelt Obsidian. Flo, ich bin raus. Neue Runde, gleiche Challenge. Neues Team. Wir sind dieses Mal Team Gelb. Was sagst du dazu, Flo? Ui, ich glaube, Gelb ist besser. Weil wenn du mal betrachtest, guck mal hier. Holz ist eigentlich nur dunkel, dunkelgelb, oder? Eigentlich sieht das schon so ein bisschen aus wie dunkelgelb. Meinst du, wir können Holz jetzt benutzen? Das heißt, wir können Schwerter benutzen. Was gibt es denn noch? Ey, das wird ja viel einfacher als letzte Runde. Wir haben schon Pech mit dem Arten. Wir haben schon Pech mit dem Arten. Wir haben schon Pech mit dem Arten. Goldapfel. Ein Ei. Wir können sogar Endstone zum Bett einbauen benutzen, glaube ich. 24 Eisen wollen die haben. Okay. Ich habe schon welche. Ich habe schon welche. Hast du gekauft? Oh, ich dachte schon, das wäre unser. Wir reden hier. Das heißt, wir können sogar die Tools benutzen, solange wir sie nicht upgraden, oder? Weil es ja Holz ist. Alright. Dann gehen wir mal Richtung Team Grün hier. Wir dürfen ja jetzt sogar Schwerter benutzen. Das ist ja richtig nice. Wobei ich... Oh, nein. Okay. Zack, zack. Nimm das. Kollege, stirb. Oh no, er hat mich. Jetzt kommt meine Rache. Da baut er sich. Dum, 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 dum. Nein, das ist mein Teammate. Ich wollte gerade runter. Warte mal. Da ist der Grüne. Der wird sich so einen kleinen Kampf mit mir liefern, glaube ich. Wer sich höher stacken kann und ich habe gewonnen. Was soll ich dazu sagen? Nice. Junge, was haben die Grünen denn gemacht mit ihrem Bett? Was? Ey, guck dir das mal an. Das ist so ein Riesenklopps einfach nur. Damit du es nicht findest, oder wie? Hallo. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, damit man es nicht findet. Ich glaube, weil die einfach dachten, klopps. Ich probiere jetzt mal die Taktik von dem Ersten, dass ich so... Nein, ich habe grüne Wolle. Blau kommt, blau kommt, blau kommt. Blau kommt? Zu uns? Ich habe 18 Gold. Wenn jemand von euch was hat... Oh no. Ich komme zurück. Warte mal. Oh mein Gott. Mal schauen, ob ich die kriege. Guck mal, ich bau jetzt so ein zweiten Fake-Ding hier auf. Weil wenn die von der Seite kommen, glaubt die wahrscheinlich hier das. Meinst du? War einfach ein Riesenklopps. Ich glaube, das wäre noch besser. So wie die anderen. Gold brauchen wir nicht mehr. Warte mal. Die sprengen da. Haben die das gesprengt? Flo, haben die das Bett gerade gesprengt, was du da baust? Nein. Nein, mein Bett überhaupt nicht. Guck mal. Warum mal am besten so ein Riesenklopps. So. Ich muss das eigentlich ziemlich überzeugend aussehen. Du, was darfst du nicht benutzen? Blaues bei uns? Die... Blaues Bett wurde die Struiit. Ah! Wo ist er denn? Wenn du unser Ding anguckst, wüsstest du, glaube ich, nicht, wo das ist. Oh, jetzt läuft er weg. Vor allem, weil hier drüben im Redstone ist. Was macht er denn? Kollege, was hast du da gerade versucht? Komm schon. Kämpf doch wenigstens. Yeah, wir haben ihn. Okay. Yeah. Ich glaube, ich kriege den anderen Blauen auch noch. Er läuft weiter. Äh, ich habe... Das grüne Bett wurde auch nicht straight, Flo. Wir schaffen einfach die Challenge. Nein. Ich glaube es ja nicht. Warte, er hat drei Herzen. Und... Komm schon. Nein! Der Kollege hat ihn gerettet. Aber das war wirklich Ehre. Er hat ihn wirklich das Leben gerettet. Da hinten ist der Blaue. Lebt noch? Ach, zwei Grüne leben noch. Yeah, yeah, yeah. Zwei Grüne und Blaue. Zwei Grüne, okay. Was kann ich mir dann noch kaufen als gelber? Warte mal. Goldäpfel halt, ne? Ich kaufe mir zwei Goldäpfel. Wir dürfen immer das nutzen, oder? Oh, doch. Interpell ist blau. Hä, wir sind gelb. Oh. Kaufst du hier gerade blaue Sachen? Ich muss verboten. Oh, die anderen kämpfen gerade für blau. Eine Schere. Ja? Eines raus. Oh, Team Blau wurde eliminiert, oder? Ja. Das heißt, wo sind die jetzt? Bei Blau, bei Blau, bei Blau. Bei Blau. Nee, der eine ist doch tot. Nein, der ist einer nur noch bei Blau. Nee, die Grünen, die Grünen sind drüben. Ach, die Grünen sind beide bei Blau. Ah. Alright. Ja, das ist nice. Dann gehe ich mal schauen. So, come on, Flo. Jetzt holen wir die. Da ist der eine Grüne. Ich sehe gerade den Barzen. Oh, no. Oh, no, 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 no. Warte, ganz kurz. Okay, ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Er ist in den eigenen Tod gesprungen. Oh, mein Gott. Ich habe ihn so ausgetrickst mit meinem Baukünsten hier, Flo. Das glaubst du nicht. Ich habe ihn einfach dazu gebracht, dass er sich selbst umgebracht hat. Mega nice. Okay, ich baue mal hier alles ein bisschen breiter. Da ist nämlich der andere. Willst du mal von hinten kommen? Der guckt nur auf mich. Er sammelt hier gerade nämlich Diamantos. Und er ist nur mit mir beschäftigt. Oh, warte, da kommt noch einer. Und wir gehen drauf. Yes. Wir holen ihn. Und Victory. Nice. Wir haben es geschafft, Alter. Wir haben die Challenge gewonnen. Hier noch ein Goldapfel. Ich schaue mal ein Goldapfel. Wie viele willst du? Ich habe auch einen. Alles klar, Leute. Das war es hier mit unserem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schaut im nächsten vorbei. Oh mein Gott, unser Mate ist gerade zerploppt. Okay. Wir sehen uns bis dahin. Ich habe noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.